so hallo mal wieder ihr seht es schon heute geht es wieder um die dragons booster ich habe hier fünf stück weil ich möchte mein album so langsam voll kriegen weil es sind doch ein paar schöne motive dabei weil das sind ja fotos oder bilder aus dem film oder aus der serie den müsste ich jetzt schon öfters haben mal wieder eine glitzer karte mal wieder so eine karte mit dem glitzer staub drauf die sieht man witzig aus das wird bestimmt auch ein interessantes großes puzzle ja da ist ein anderes teil kommen nun zum fünften und letzten booster für heute also ich hoffe ich konnte euch wieder zeigen was da drin stecken kann und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu so